was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 herzlich willkommen heute mal zu meinem zockerzimmer was ich euch zeigen möchte ich sage euch gleich es wackelt ein bisschen oder kamera ich habe einfach so ein tick immer zu wackeln ich zeige euch heute mal wie ich das eigentlich machen mit dem ganzen aufnehmen hier ich habe hier aber wirklich viel blödsinn gekauft in den letzten jahren zum beispiel das blue yeti headset brauche ich gar nicht pop up schutz brauche ich jedenfalls nicht also ich weiß noch gar nicht was ich mit dem vielleicht mal vielleicht verlose ich das mal irgendwie und schenke es euch das hier ist auf jeden fall mein fernseher ist ein full hd fernseher und ja da bin ich jetzt hier gerade online und dann tingele ich immer hierhin chill hier neben mein controller mein alten mach mich stadtler sozusagen und dann fange ich dann eigentlich auch mit diesem headset anders ziehe ich dann an und dann sage ich den bekannten spruch hier von mir moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 und dann geht das eigentlich schon los hier mit dem ganzen aufnehmen und zockele zockele ich hier durch dadurch hier und können wir mal schauen wer hier alles online ist also ihr seht schon dass ein paar leute jetzt hier nichts besonderes hallof kaljen gran turismo pc spülung hier also ganz ganz viele leute hier der agent mutter wovor ist auch online hey ich grüße lieber noch ne liche moin moin so da wohne ich in ich wohne nämlich in germersbach in der seitenbacher straße 25 nein das war natürlich nur ein witz diese straße gibt es nicht das dorf auch nicht kann ich euch ja nicht sagen wo ich wohne hier hatte ich auf jeden fall gerade ein video hoch das ist ja gleich oben wunderbar meine ps3 so mein bett schön chillig kann man entspannen und das war es eigentlich schon wieder von meinem kleinen video hoffentlich hat es euch gefallen bis zum nächsten mal euer jubilmscom auf der playstation 3 ciao